hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mit unserem paladin ja aber was ist geschehen ihr seht jetzt wir sind nicht mehr in den grizzly hügel nein wir sind im verwüsteten land uns hat ein brief ereilt wir sollen in die scherbenwelt da hieß es in dem brief sie brauchen hilfe von einem wahren helden und da sind wir schon so hier ist die brennende legion am gang hier gibt es euch die erste aufgabe von kommandanten und mich dass ihr mann dunkelportal für die allianz ok schnell zum pflugmeister weiter das sieht gefährlich aus die brennende legion sie ist überall durch den kopf ankunft in der scherbenwelt die ehrenfeste ist der erste zufluchtsort den damals war das damals ich glaube wo das portal zerstört wurde wurde auch die ehrenfeste gebaut oder die hatten sie schon vorher gebaut bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher um den um die horde aufzuhalten das werden wir ja bestimmt erfahren in den nächsten quest rein wir können ja mal öffnen die karte ihr seht es wir waren hier noch nicht und da wollen wir mal gucken was uns alles so erwartet leute ich bin gespannt wer uns gerufen hat der heldenruf und ob wir die leute hier freien können ob sie überhaupt noch leute gibt aber irgendwie sieht das hier nicht so aus der todes herr teufels herr todes herr so gucken wir mal ja aber ich finde das haben blizzard echt gut gemacht so hier die zerklüfteten welten so das sind wir guten tag guten tag da sind war marschall noch die hilfe machen möchte ich bin truppenkommandant sein das ist okay dann fliegen wir kommen hier fliegen ja sehr schön da kann man es beim truppenkommandanten melden guten tag das ist doch lorderung das muss das ist das zeichen mal lorderung eigentlich schon und tag und tag ich bin der herr bürgerin süße zwergen du so dann wollen wir mal guten tag so und tag ich hoffe ich störe nicht ich bin noch mal so frei und hopp stromgard wird sich aufs neue erheben genau so die söhne lothers ok viele schöne aufgaben erzählt mir mehr über die söhne lothers erzählt mir mehr von der höhlenfeuerheit bin so das lernen wir bestimmt noch kennen aber erst mal erst mal müssen wir zum verkämpfen die ersten drei aufbauen aufgaben bekommen und tag werter herzwerk runter abkürzung auf dem schweine kopf gelandet mir auch noch nie gelandet auf dem eber kopf so und dann wollen wir mal gucken dann mal unten mal auf welche aufgabe wir machen wieder wurde aber fliegen erst mal hier vorne haben wir noch drei aufgaben bekommen man muss mal gucken was die dritte noch ist fliegen erst mal jetzt hier noch guten tag guten tag er sieht auch abgefragt aus der turm auf ein glas haben wir mal lust bringt acht stücke bauch metall und holz ich glaube ihr hört das bisschen leute ich bin ein bisschen erkältet 20 ok das können wir machen so dann wollen wir mal gucken da finden wir schon die ersten sachen hat kommen her ja du kannst auch her mit kommen an spotten ich habe mir schon über leute übergelegt leute wir könnten ja mal zwei gelter spielen oder da muss ich mir noch mal ein zwei videos angucken was ich genau was gelben oder wie ich mit was kämpfen muss weil ich habe glaube ich noch nie vergelter gespielt ich brauche ein ziel so haben wir die erstmal getötet und netter stoff doch sehr schön bisschen metall holz ja das ist okay so gucken wir mal ich glaube bei den maschinen gibt es am meisten weil hier vorne ist nicht viel also monten wir mal auf und fliegen wir zu den maschinen so war da liegt doch was sage ich doch da kommen kann man mal laufen mit dem schnell das sollte nicht so eine schwere aufgabe sein die sachen hier zu sammeln gucken vielleicht finden wir hier auch andere ärzte die wir noch nicht haben weil ich bin glaube ich als vergelter machen halt mehr schauen wir können wir nicht so viele ziehen aber als er gelter dass wir auch mal ein abenteuer leute das könnt ihr mir meine kommentar ob wir doch mal wirklich vergelter spielen sollen kommen euch machen wir auch noch mal nieder sagen also unseren hammer kreiseln zack 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 ja stört jetzt wo läuft es wirst du denn schon wieder hin zack haben wir den rücken gestört du eh der wolf greifst du mich jetzt echt von da hinten an ok das ist zu weit entfernt zack und tot ist er haben wir schon 6 von 20 haben wir mal ein bisschen holz und das ist ja der nächste wo kommst du denn her du warst doch gerade gar nicht da so und den haben wir auch da läuft direkt dieser box ist feige orks also ich kenne orks die bleiben bis zum tod und lauf nicht weg jetzt müssen wir den auch noch heute her laufen aber wenn man hammer vom kopf geworfen gibt es noch nummer schiete ja sehr schön könnten wir ein paar orks zusammen zu ziehen um so mal zu erledigen auch meine nase schon wieder zu das war mal die hammer kreiseln ich weiß es auch nicht ob das zu laut für euch ist wir können ja mal ein bisschen leiser machen weil ich habe mal wieder ein paar einstellungen vor ich nehme auch gleich noch mal mit müssen ja auch mal da kriegen wir mal ein bisschen kohle zusammen da komm herr stirbt jetzt immer noch nicht jetzt aber ja so ein bisschen kohle werde ich schlecht wie viel haben wir denn so viel haben wir eine andere 3500 so viel ist das nicht so jetzt brauchen wir noch ein bisschen mit teil zweimal mit teil dann töten wir noch mal schnell die neuen die neuen orks 8 box brauchen wir noch mit kann man mit kann man mit kommt man eher lassen wir mal ein bisschen krachen das wollte man natürlich nicht sagen ich habe kein ziel da komm her ziehe dich nicht jetzt auch zu unserer party kommen können und weg ist er du kommst auch schon wieder sehr schön haben euch erledigt jetzt brauchen wir noch 64 1 2 glaube ich ein paar zu viel aber das werden wir wohl schaffen weil wir uns mal hoch wenn wir mal ein bisschen was hier heute aber kein problem für uns die alle sollen das ist dann noch mal ein so und weg mit dir so stopp schon der nächsten angegriffen du sollst sterben der kleine paar die haben wir zu viel gepulten aber aufgabe erfüllt sehr schön herr komm du hast mich angreift machen wir dich auch noch nieder du weißt mich auch an das war klar dann machen wir euch bei schnell nieder ich brauche ein ziel ich brauche ein ziel auch schön viele p gibt es sind ja nur auf fünf level dann können wir ja schon in das nächste nächsten zwei sonst müsste das fast sein da muss man noch mal gucken wo wir dann hingehen so aber jetzt sind wir ja noch hier er darf so noch an so haben wir die beiden aufgaben erledigt dann werden wir erstmal da wieder hin irgendetwas greift uns noch an bist du das was sind das vor einer ich gegen den gekämpft ok ich kann mich erinnern was bist du denn vor einer ok ja egal bringen wir erstmal schnell die aufgaben ab äh die aufgaben die questen weg äh weg ihr wisst was ich meine so dann machen wir mal da sind wir gleich da das ist sehr schön guten tag guten tag zwerg das ist auch mal den zwerg hallo bleib sauber jetzt müssen wir glaube ich die linge noch anzünden ja oh schönes schild das kann man verkaufen man sieht sich man sieht sich äh was willst du von uns ein talisman du willst dass wir das da drüben zerstören ja dann fliegen wir mal schnell rüber früher konnte man hier noch nicht fliegen deswegen musste man rüber reiten aber wir haben das ja jetzt ein bisschen einfacher wir fliegen einfach das sind aber auch so das katapulte wir schießen die pfeile das sind pfeile ne boah alter keine Ahnung dass die burg so zerstört aussieht oder katapulte ne es für pfeile erste brennt zweite auch da können wir wieder so ringsum flug machen oh erz erz das nehmen wir mal mit nicht weglaufen oh wie viel bringt es 3000 erfahrungspunkte das ist nicht schlecht so jetzt auf den östlichen ja dann haben wir das auch schon geschafft zack sehr schön und aufmauten so dann fliegen wir direkt erstmal hier hin sagen wir da mal hallo und gucken was da so auf uns wartet dann machen wir einfach so eine rundumflug wenn wir da die aufgaben haben fliegen einfach direkt weiter so genau so genau sprecht mit unteroffizier alten wat altumus ok hat er es hier vorne guten tag ehre dem könig freund ok unteroffizieren entschuldigung mögen eure reisen sicher sein ja die sind sicher was willst du hier töten 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 das ist doch was für uns töten können wir immer du kannst mitkommen du kannst auch mitkommen wie viel brauchen wir von euch sechs stück zack machen wir euch mal schnell nieder da haben wir aber nur noch drei sehr schön ich brauche ein ziel ein rauch und ich brauche mal ich brauche mal auch noch dazu kommen aber euch alle zusammen ich könnte auch noch dazu holen da müssen wir uns aber mal heilen nimm mal cd wir haben auch hier so ein bisschen durch rocken zeigt jetzt dann mal auch meine nase so zack uuuuuh heilung ich fand es doch ein bisschen zu viel ach papalapap zack sag mal geheilt steht ja immer noch so haknäckig so brauchen wir noch ein von dir ja ich mache mal noch schnell nieder machen wir die aufgabe noch schnell fertig würde ich sagen zack und dann sehen wir uns fast nächste woche schon wieder nächsten sonntag so euch brauchen wir na komm sind wir mal mutig so alles mal den es dann war euch hauen wir um dann müssen wir noch einen von diesen komischen wichteln genau ein wichtel brauchen wir noch also einen großen roten der ist da großen wo wir nicht mitnehmen ich habe kein ziel sagt so haben wir die aufgabe erledigt sehr schön so leute aber sagt dass die macht man doch schnell fertig aber das war so klar dass die kommt außer reichweite na komm dann müssen wir ihn halt fertig machen dann müssen wir ihn halt fertig machen er wollte uns anzugreifen das schafft er nicht das schafft er nicht zack zack gleich ist er besiegt sehr schön leute so haben wir die aufgabe abgeschlossen dann würde ich sagen machen wir uns als nächstes auf den weg da hinten hin aber ich würde sagen wir sind für diese folge fertig wir sehen uns nächste woche wieder zu einer weiteren let's play folge ww mit unseren paladin noch tank vielleicht bald vergelt schreibt es mir in die kommentare ich würde mich freuen falls es euch gefallen hat lasst mir ein abo da oder ein kommentar ein like würde mich freuen bis dahin auf wiedersehen und tschüss bis bald